Ihr wollt euch schon denken, ich möchte die Asimov und ein Bayonet, Slaughter, Statwack, Factory New. Ich weiß, ist jetzt nicht so hoch gesetzt, ne? Kann ich nicht einmal Lack haben und vielleicht fucking Knife ziehen? Wie wär's denn? Das ist doch gar nicht... Du, komm. Wow! Oh! Oh! Oh, shit! Wow. Okay. 39 Euro. Damit werden wir das neue Filkscase öffnen. Und was ziehen, was ziehen, was ziehen, was gut ist, ja? Nein! Gut, es kann nur besser werden, ja? Oder auch nicht? Vielleicht bringt es ja was, ein bisschen am Knife zu rummeln. Moment. Please, bitte, bitte, bitte. Oh shit! will schon dalle drin und ich bekomm ne mal Aaaaaahhhhhhhhhhhhh du bist gar dich selbst, du herstest, du stück scheiße Ich habe meine Moss. Ich habe irgendwie... Die sieht sogar Faktorinu aus. Die sieht sogar Faktorinu aus. Was ist die? Was ist die? Faktorinu! Ja. Wow, die ist sehr 15 Euro wert. Das ist gar nicht so schlecht. Ist das Faktorinu? Das ist nicht Faktorinu. Das ist trotzdem 6,5 Euro wert. Ja, ne? UMP45 Corporal fasst so gut wie all diese Witze zusammen. Um... BOOM! 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 BOOM!